Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faktorio hier aus D-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben jetzt genügend Nickel-Erz erstmal wieder in der Tasche, damit wir um die Nickel-Fabrikation nochmal in Gang bringen können, damit wir wieder noch mehr Nickel-Barren haben, um weiter zu produzieren. So, hier unten unsere Roboter haben ordentlich zu bauen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Unser Schafschützen-Gebär haben wir auch aus der letzten Folge. Aus den letzten Folgen, dass wir wahrscheinlich auch demnächst noch gut einsetzen. Mal gucken, wie es läuft. Und ja. Ach ja, und dann müssen wir natürlich noch zu unserem Experiment gucken mit den Pumpen und dem, ob die vor oder hinter dem Tank kommen. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. So, aber das läuft hier alles eigentlich ganz geschmeidig. Also läuft das ganz gut durch hier. So, dann, äh, nee. Das hört ja nicht durch. Im Übrigen wurde wieder nach dem, äh, Squeeze-Through, äh, Mod. Oder wurde mir der wieder nahegelegt, dass ich den noch nutzen solle. Ähm. Es ist ja gerade Teil des, ähm, Mod-Packs, dass man da sozusagen Schwierigkeiten kriegt, wenn man nicht ordentlich baut. Und deswegen, wie ich da eigentlich, äh, oder, ja, möchte ich das halt nicht nutzen. Ähm. Ja. Also dass man dann halt eben doch versucht einigermaßen ordentlich, das alles auszubauen. Wie das denn nachher funktionieren soll. So. Und dass man da halt überall durchkommen und durchgehen kann. Oder beziehungsweise man Wege lässt. Weil Platz ist ja genau das große Problem oder der ganz große Faktor hier in dem Mod-Pack. Rote Chips also, ja. Mhm, mhm, mhm. Hätten wir da zwar noch ein paar liegen, aber man macht ja erstmal nichts. Hier aus. Hier fehlt uns Opfer an. Das können wir mal ganz gut geben. So, da darf ich jetzt ein paar braune Chips kriegen. Ähm. So. Ah, die Widerstandsproduktion ist ja da ein bisschen... Ah, die ist komplett abgerissen. Die gibt es da nicht mehr. Auch gut. So. Oha. Wenn ich die alten... Einfach mal sehen, wie schnell die noch sind oder beziehungsweise wie langsam die sind. Das ist wirklich immer... Da denke ich immer, hm, habe ich keinen Strom in der Leitung. So. Ah, ne. Ich gucke dann... Wie haben wir denn davon schon? 208. Das ist gut. Die können wir dann gleich mal verteilen. Und uns fehlt es an braunen Chips. Denken wir hin. Gut, Carbon ist auch ein bisschen wenig da, aber macht erstmal nichts. So, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Den können wir erstmal hier entsorgen. Und den Müll, den nehme ich eben mit hin und hier rein. Und den Müll können wir eigentlich oben in die Müllentsorgungsanlage mit reinlegen. Heute ist erstmal ein bisschen Organisatorisches noch dran. Und ab morgen oder beziehungsweise ab der nächsten Folge wollte ich dann eigentlich mal so langsam mal sich hier einen Plan entwickeln dafür, was wir hier unten bauen wollen. Ähm. Wird schwierig. Aber kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Minium saugt sich auch mal weiter leer. Ach so, hier oben. So, Prozessoren. Wie haben wir davon jetzt? 13 und 48, ne? Immerhin schon mal ein paar. So. Jetzt. Haben wir denn hier diese Müllentsorgungsanlage? Hier hätte ich jetzt echt Nähe erwartet. Das war falsch. So. Dann haben wir hier oben das was mit zu entsorgen. Dann können wir nämlich gleich mal kontrollieren, was fehlt denn hier oben überhaupt? Lässt du an? Iduns. Auch hauptsächlich Aluminium, ne? Dann los. Ne, das ist der Goldstrang. Der Goldstrang ist auch leer. Ne, das ist der Goldstrang, das ist der Aluminiumstrang, ja. Ist da wirklich so schwer? Wir könnten aber, ah, ich weiß was wir machen können. Wir könnten ein bisschen Aluminiumärze. Hey, hey, hey. Wir könnten auch mal ganz kurz binden hier. Weil hier irgendwo in diesen Kisten ist doch Aluminiumärzt drin, ne? Wie zum Beispiel, ne? Da haben wir doch Aluminiumärze. Das könnten wir das mal nehmen und könnten hier mal zwischenverteilen. Dann richtig einen hinmixen hier. Da geht was. Mal da rüber und holen. Mal da noch ein Pädchen davon. Dann haben wir den Scheiß da los hier. Man sollte doch die Aluminiumproduktion mal ein bisschen... Glas, das jetzt ein... Nachtdurchschwerdinger Eingriff hier. Interessanterweise ist das wirklich nebeneinander. Das hätten wir ja da auch echt schon mal... ...dann das Holz verbringen können, ne? Da hätte man dran denken können. Na ja, gut. So. So. Da sind noch 200. Die kriegen wir ganz vorne wieder unter. Und dann ist das gut, ne? So. Alle Mixer mal in Betrieb. Ich glaube, das gab es auch vorher noch nicht. Aber es sieht ja schon mal nach gutem Aluminium aus, was hier oben rauskommt. Arbeitet auch alles. Schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Richtig Aluminium zusammen. Drum geht hier oben auch die Produktion wieder höher. Gut, die Aluminium landet hier erstmal in der Fabrik, aber produziert er natürlich fleißig. Schön. Gut. Also wir müssen mehr Slack Slurry herstellen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie unser Experiment gelaufen ist. Bis jetzt. Und... Ob das mit den Pumpen so hinhaut oder nicht hinhaut. So. Gehen wir hier mal durch. So. Sehen wir das hier. Ist das Rohr ganz schön voll schon. Ob Spendier haben wir da aber, ne? Also wir verlagern das Problem wahrscheinlich weiter nach... Doch, nur, ne? Was ist die denn das hier nicht mehr? Doch, die sehen eigentlich auch ganz gut aus hier. Ah, hier ist das rote Zeug. Hier ist schon das Problem. Okay, gut. Also müssen wir hier das mit dem roten auch nochmal umdrehen. Damit wir hier die Produktiv... Upsala. Wir müssen hier die Produktivität auch erhöhen. Ich glaube, ich habe sogar eine Pumpe über. Ich kann es sogar jetzt wieder das letzte machen, ne? Ach, das ist alles alt. Jut, jut, jut. So, dann wollen wir hier den noch dran. Und dann müssen wir mal, wohin sitzt unsere Pumpen hingekommen? Pum, 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 pum. Ja, frei. Ich werde jetzt mehr erwartet hier. Ah, schade. Ergo. Ich nehme hier keine Pumpe an, nehmen wir da nochmal vorne dazwischen. Kann das hier jetzt mal losgehen. Ah, ja, die haben wir um die Rückschlachtventile drunter her, genau. So, dann müssen wir hier noch das Pumpe wieder dazwischen bauen, sonst wäre da nichts. Aber es ist hier ein bisschen leer gesungen. Macht jetzt mal nichts. Die haben das ja sogar hinterm Tank gemacht, ne? Merkwürdigerweise. Gut. Dann sollte jetzt hier die Produktion vom Slashler auch wieder ein bisschen weiter noch voran. Gehen und Gut, wir werden dann natürlich andere, das werden wir noch anders aufbauen. Also wir werden, glaube ich, durchaus noch mehr hiervon herstellen. Machen müssen. Das ist noch nicht, wie ich das mit der Schwefelsäure da hinten herstelle. Das ist aber, na gut, wir kriegen ja da bis den Rücklauf, wir kriegen ja da unten schon produziert. Wir müssen das bloß einmal kickstarten. Aber das kriegen wir dann hin. So, ja, wir haben hier noch die Möglichkeit, das werden wir gleich mal nutzen hier, wenn wir das gleich mal noch weiter an hier, das ganze Flugfeld. Habe ich denn einen Kies? Der ist da leer? Ne, das können wir. Müssen wir mal ein paar tausend Kies holen, damit ich dann die Balken durchziehen kann bis hinten hin. Und dann unsere Bauroboter mal so richtig schön beschäftigen hier. Könnt ihr eigentlich auch das hier nehmen, ne? 28 K. sind hier drin, ne? Aber die überbauen sie mir dann, ne? Ich glaube, die überbauen sie mir dann, ne? Das ist eine blöde Idee. Ich glaube, die überbauen die damit Sand, weil ich das lebe so. Wie sieht es denn hier aus? Und ich komme hier unten gar nicht mehr so viel Gas zustande. Was ist denn da los eigentlich? Was ist denn da für eine Verstopfung los? Habe ich die schon wieder abgeklemmt? Nö. Mal dran. Auch dran. Gehe zum Teil da rum mit rein. Die produzieren hier auch fleißig. Der Schwefelverbrauch ist irgendwie gestiegen, weil ich glaube, hier die Kisten, die sind dann noch 12 K. Da noch 11 K. Die Kisten aus. Leer. Die sind schon leer da hinten. So. Ich wollte mir Kies holen. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh, sehr schön. 1500 K. Nur Plates. Die brauchen wir nämlich für andere Sachen. Dann haben wir hier 1,2 Kilo davon. Auch gut. Da ist noch was drin. Okay. Also das läuft hier die Produktion. Und hier sind es schon wieder 2,7 Kilo. Wie sind wir da noch runter? Na komm. Gehen wir die mal hier rüber. Und werden dann... Ach so, unser Erzwein wird noch los hier rum. Scheinlich. So. Sehr gut. Zum Leiden muss ich noch loswerden hier. Ich sehe, wie ich schon wieder in der Tasche habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn in der Tasche. So. Gut. Aber das war eigentlich nicht mein erstes Ziel. Ich wollte an die Sandkisten hier ran. Ich gehe mal ganz kurz hier mit an die Sandkisten gehen. So. Dann nehme ich mal ein bisschen was mit. Ich glaube, ich muss noch... Ah, ich muss Strommasten dann noch. Kann ich noch Strommasten machen. 15 hiervon. Und dann brauche ich die Tarnplatten nicht. Na gut. Dann müssen wir uns die Tarnplatten holen. Dann haben wir keine mehr in der Tasche. Und dann müssen wir natürlich auch für die anderen Sachen sorgen. Ähm, ja. Hoch. Tarnplatten mit kriege ich 7 davon. Aber brauchen wir auch. Tarnplatten mit kriege ich die Tarnplatten aus der Kiste raus. Dann brauchen wir Stahl. Und dann brauchen wir Rubber. Rubberfeed. War immer ein Rubberfeed. Das ist so ein Insider aus meiner Firma damals. Wo ich mit dem Systemadministrator dort noch zusammengearbeitet habe. Da gab es nämlich immer... Da gab es nämlich immer... Da gab es nämlich immer zu den Rechnern ein Ersatzteil namens Rubberfeed. Das war 107. Wie sieht mir denn dann aus? Ah ja. Ah ja. Da guckt mir wirklich das... ...Razintika wieder raus. Na, da holen wir noch mal ein bisschen was von. Ja, hier jetzt die Möglichkeit, kann man 6 zu holen. Hier hätten wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, du machst das... Dann können wir uns so ein Stack davon mit einpacken. Aber dann haben wir glaube ich erstmal gelocht. Das sollte in der Weile reichen. So. Gut. Dann geht es wieder runter. Dann haben wir hier die Möglichkeit... Äh... Die Forschungsflaschen hier. Warte mal was... Ja, eigentlich das, was fehlt. Äh... Ah ja. Sind es ja gerade die Ingwerplates. 1.900. Das sollte erstmal nochmal nach vorhalten. Noch alle da rein. Okay. Äh... Und hier das... Da haben wir noch 148 von über. Da haben wir noch 80. Gut, jetzt brauchen wir hier natürlich ein bisschen... ...Pole noch, ja? Naja, wir machen eure Todeswetter. Da werden wir auch so schnell nicht von weg kommen. Ah, die Strom aus, das wird aber eine Laune. Würden wir durchhören. Obwohl das Band leer machen ist, glaube ich... ...falscheste, was ich machen könnte für die... So, ne? Naja, egal. Gut schon schickt bin ich hier. So. Gut. Was hätten wir... Sonst dabei, was da unten läuft. Nicht? So, hier noch verzeugen. Abbiegen. Und hier mal ein bisschen Carbon reinschmeißen. Dann legen die nämlich auch wieder alle los hier. Dann haben wir nämlich auch... ...genügend davon wieder. Dann haben wir schon wieder 38 Wissenschaftspakete zusammengekriegt. ...die wir dort einbauen können. Für die Wasch- und Waffenforschung. Weil da gibt es ja dann doch noch ein bisschen Kugelschaden und alles solche Sachen können wir ja noch erforschen. Dann ein bisschen weiter kommen. Dann müsste man so eine kleine, aber niedliche Fabrik, wo wir alles so einzeln reinschmeißen können. Auch für die... ...Motionsfläschchen mal bauen. Aber das ist... ...wändiger. Das wird aufwendiger. So kann ich das hier... ...das kann ich sogar aufs Band legen lassen. Machen wir das mal. Wo denn am blödesten? Klick an. No. 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 Und dann in der Forschung mal gesagt, wir möchten gerne... ...ne, das ist eigentlich nicht so das... ...Kugelschaden, den könnten wir schon mal erhöhen. Und dann haben wir dann eine Möglichkeit... ...diese Forschung auch... ...zu betreiben. Das ist schon ein bisschen Begeisterung, das ist ja schon zu hören. So, wie cool ist die Kiste eigentlich noch? Das geht eigentlich. Die muss jetzt schon Ewigkeiten mit euch nicht mehr machen. So. Ah ja, das ist eine extra Reproduktion. Noch mal angucken von oben. Nicht erschrecken. Das ist eigentlich... ...der Sound, der kommen soll, wenn ich... ...ääh... ...im Livestream dann Abo kriege... ...und die Alerts sind irgendwie an. Entschuldigung. Sorry dafür. Oh, wir haben gerade... ...neun Abonnenten gekriegt. Hm. Ich könnte jetzt direkt sogar gucken, wer es ist, ne? Ich könnte jetzt direkt sogar gucken, wer es war. Äh... ...wen es interessiert. Oder mal nach. Nu. Muss nicht funktionieren. Oh. Der Alex Wunkert. Was? Herzlich willkommen. Ah, schön. Äh, ich hab mich immer mal gefragt. Also ich hab das schon mehrfach mitgekriegt, dass ich diese Alerts nicht sauber auskriege. Ich hab das schon mitgekriegt. Ähm... Ähm... Äh, ich bin mich, keine Ahnung, technisch zu unbedarft oder so. Ich hab sie eigentlich deaktiviert, aber es macht trotzdem ab und zu Krach zwischendurch. Was mich denn immer irritiert, also ein OBS muss ja zu offen sein. Ähm... Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn ich dann irgendwann mal hier sitze und, äh... ...rote Chips nicht da habe. Ähm... Wieso hab ich hier noch Glas daneben liegen? Weil hier kein Platz mehr dafür war. Ähm... Wie klingt auch drauf, aber es ist halt eben wirklich noch nicht passiert, dass es in einer Aufnahme quasi zu diesem Zustand kam, dass ich, äh, da voll gebimmelt werde. Das war heute Premiere. Müsste nur mal 722 oder 23 gehen. Ich bin begeistert. Ich will... Immer noch. Also ich bin immer noch hellauf begeistert, dass es sowieso so viele Leute gibt, die das hier interessiert und, ähm... Scheine ich allzu viel verkehrt zu machen, ein bisschen was schon, weil ich hab ziemlich viele Klicks auf manche Videos, wo dann netto keine Abos bei rumkommen, aber... Äh... Was will ich mich beklagen, ähm... Bei mir läuft's ja eigentlich ganz gut. Also jetzt, wenn man das mal so... So sieht, wie ich das betreibe. Das ist mein Hobby hier, mir macht das Spaß. Ich mach das auch gerne für euch. Muss ich eigentlich sagen, also... Das macht mir wirklich Spaß. So, dann gucken wir mal, was ist denn da Mangelware? Und Mangelware sind diese Boards und diese Boards und das liegt wirklich am Kupfer, ne? Das ist wirklich wahr. Also wir müssen eigentlich eine monströse Kupferfabrik aufbauen, aber... Da hab ich jetzt so auch gar kein Interesse dran im ersten Moment, muss ich sagen. So, hier haben wir Kugelschaden 4. Kugel, Feuerrate, Feuerrate, Projektilwaffen. Ah, hier, warte mal, das ist noch ein Sch... Bild. Wie ist... Warte mal, irgendwo war doch was wegen den Rüstungen, wie das weiterging. Ich kann auch andere Rüstungen bauen, ja, ich kann schon eine andere Rüstung bauen, ohne dass ich... Äh, da brauch ich dich, aber die Prozessor... Geht mal Kampfroboter dann? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Weiß nicht, ob die automatisch sich dann Ziele suchen. Geschützschaden, 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 Fanatenschaden. Wir forschen einfach mal mit einem Panzer, kann mal mit einem Panzer. So, ich werde sowieso nie gefahren, die rausholen, aber das ist ja erstmal. So. Weiß nicht, ob der Panzer effektiv gegen Würmer ist. Aber das ist wirklich hier, und das ist das Problem, dass wir nicht genügend von diesem... ...Saft hier rankriegen. Dass der hier nicht voll produziert mit dem hellblauen, ne? Ich nehme ja schon gar nichts mehr runter da vom Band, und gar nichts mehr raus aus der Kupferproduktion für hier. Ach, das könnte... Wie sieht das überhaupt aus, denn hier unten? Nicht auf dem Förderband. Ähm... Na ja, gut, das war auch da. So. Ähm, wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Was habe ich gesammelt? Rote Chips habe ich gesammelt. Rote Chips brauchte ich. Ein paar Stück. Ich wollte hier nochmal bei den Solarpanels vorbeigucken. Dann mal ein paar reinstopfen. So. Und dann... Geht hier der ganze Laden, weil... ...fehlt, äh... ...schon wieder Enderplates. Okay. Na ja. Machen wir noch... ...gum hast du denn so. Ähm... Jetzt ist es nämlich hier nicht durch hier. Na gut. Komm, wir einmal durch hier. Verbrauchen ja mehr Enderplates, als ich da unten herstellen kann. Meine Herren, das ist ja... So. Aber wenn es für 100 Flaschen nicht reicht hat, das ist schon schlecht. So, wie sieht es hier wieder aus? Dann haben wir noch 100 und von. Gehen wir schon jede Menge wieder von. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir das Kupfer erstmal. Wenn wir den Gewinn bringt, unterbringen. Ähm... Huch. Wollte ich nicht haben. Ähm... Da macht es. So. So, da unten haben wir auch noch ein bisschen... ...waste. So. Dann bringen wir das Kupfer erstmal dahin. Warte mal. Wir könnten auch noch das Kupfer raussammeln. Aus der Wunderküte hier. Nicht, dass die denn irgendwann verstopft hier. Achso. Das ist gar nicht mal so viel. Wie ist denn das so... ...so wenig? Dauert das... Na gut. Das dauert alles, ne? Ja, ja. Das dauert alles was länger. Gut. Also. Heute haben wir mal eine Premiere gehabt. Wir haben gesehen oder gehört, wie es sich anhört, wenn wir einen... neuen Subscriber haben... Das ist mir so... ...nicht mal im Livestream geschehen. Muss man auch dazu sagen. Ich hatte noch nicht mal das geniegend in einem Livestream. Mal diesen Sound zu hören. Beziehungsweise dann auch zu sagen. Ach, guck mal, da ist er neuer. Ähm... Somit eine absolute Premiere. Eine Weltneuheit. Was man nicht alles so erlebt hier im Laufe des Let's Plays. Und... Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Und ohne ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Wenn wir da unten... Ähm... Wenn wir da unten... Achso, ich wollte den Ausbau ja noch vorantreiben. Genau, das wollte ich auch noch machen. Na gut. Also wir treffen uns unten, wenn ich dann unten den Ausbau vorantreibe. Ich müsste ja jetzt genügend Stromasten haben. Ähm... Ich habe acht von den Dingern. Das heißt also, wir können durchaus erstmal 4000 Sand da unten in die Ecke in eine Richtung reinschmeißen. 2000 Sand müssen reichen für vier Stück. Und ich muss hier zwischendurch noch eine Ladestation irgendwo mal einbauen. Oder oben bei den Kisten direkt so holen können, dass sie sich da auch aufladen können. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber dann sollten wir eigentlich, wenn wir jetzt mal die Karte uns so angucken, sollten wir fast bis hier hinten ran sein, ne? Wenn wir jetzt das da durchdrucken. So, und hier unten können wir gar nicht drauf gucken. Das heißt, hier unten müssen wir mal noch eine neue Fliegenanlage machen. Also eine Milchstation hier, ne? Wie heißt das? Da ist eine Station. So, Panzer ist auch erforscht. Ähm... Achso, das sind dann die anderen Munitionsarten, ne? Ja, 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 ja. Boah, das könnte natürlich auch interessant sein, ne? Richtig tolle Munitionen, da zur Erforschung kommen. Äh... Fläschchen mit hinnehmen. Geht sogar. Alles. Hoch. Warum denn das? Hat denn das hier keiner hingebaut? Auch nicht. Wer hat denn da geschlampt? Okay, gut. Ja, dann gut zu wissen, ne? Ähm... Moment, nein. Eine Unordnung ist das da unten drinnen hier. Kriegen wir aber auch wieder raus. So, gut. Okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Mit Faktorio. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.